Guten Morgen, meine lieben Heimkino-Freunde. So, ich muss jetzt mal 120 Kilometer fahren nach Cottbus und da zeige ich euch ein wunderschönes Heimkino. Los geht's. Übrigens, ihr könnt euch, während ich fahre, ja die Frage der Woche anhören. Bis gleich. Zeit für die Frage der Woche. Diese kommt heute von Stefan Probst. Er fragt, bei dem Möbel, in Klammern LaserTV, habt ihr ja einen Motor verbaut. Wie wird dieser angesteuert und wird er dann eingestellt, dass der Auszug immer wieder genau in der richtigen Stelle stehen bleibt? Sprich, dieses Möbel, was zum Beispiel auch hier steht, hat ja mittlerweile von uns einen Motor bekommen. Und sobald der LaserTV Beamer eingeschaltet wird, fährt das selbstständig raus. Das haben wir tatsächlich ziemlich einfach gelöst, weil einfach funktioniert deutlich besser, als wenn man es sehr kompliziert macht. Wir haben nichts weiter getan, als diesen einstellbaren Endanschlag, den wir schon immer hatten. Den kann man mit einem Inbus-Schlüssel einfach einstellen, wie weit das Fach rausfährt. Und den haben wir ersetzt durch so ein 3D-Druckteil. Und dieses 3D-Druckteil, da kommt ein Mikroschalter rein. Und der ursprüngliche Anschlag fährt hier einfach gegen. Und sobald das hier gegenfährt, hält das Möbel an. Man kann weiterhin mit einem Inbus das einstellen. Und so kann man mal genau justieren, wie weit der Beamer rausfährt. Und der fällt immer an genau derselben Stelle an. Das größere Problem oder die größere Herausforderung war tatsächlich, wie bekommt denn unser Motor mit, dass der Beamer angeht. Dass man da nicht noch irgendwie extra Schalter oder so machen muss. Leider ist es nämlich so, dass so ziemlich jeder aktuelle LaserTV keinen Triggerausgang hat. Wie wir es ja von Normaldistanz-Beamern kennen, die haben ja fast immer einen Triggerausgang. Also 12-Volt-Signal. Sobald der Beamer angeht, haben die tatsächlich, ich weiß nicht, was aktuell keinen der es hat. Ich glaube, das hat keiner aktuell. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben diese Master-Slave-Dosen. Die sind einfach von dem großen Versandhandel mit dem A. Ich verlinke euch das unten, falls jemand mal so eine Dose braucht. Das schaltet man einfach, diese Verteilerdose schaltet man einfach zwischen Beamer und eurer Steckdose. Sobald der Beamer Strom zieht, man muss die einmal kurz anlernen. Es ist beschrieben, wie es geht. Sobald der Beamer Strom zieht, wird hier eine Steckdose auf Dauerstrom geschaltet. Da kommt ein kleines 12-Volt-Netzteil rein. Wir haben eine kleine Relais-Schaltung, nichts Besonderes entwickelt. Und sobald der Beamer Strom zieht, die Steckdose mit Strom versorgt, startet der Motor und fährt es aus. Und wenn der Beamer keinen Strom mehr zieht, dann geht es genau wieder umgekehrt. Kurze Zeit wartet der und dann schaltet er ab und es fährt wieder ein. Total primitiv, da ist gar keine Elektronik drin tatsächlich. Das machen wir wirklich nur tatsächlich mit einem Relais. So funktioniert es auch dauerhaft und geht nicht kaputt. Ich hoffe, damit konnte ich deine Frage beantworten. So, da bin ich nun. Angekommen in Cottbus in einem dedizierten Heimkino. Hallo und herzlich willkommen zu Kino im Wohnzimmer. Ich bin der Olaf und heute mal wieder nicht aus einem Wohnzimmerkino. Wir bauen ja auch ganz normale, private Kinos. Und wie ihr im Titel schon gesehen habt, ja, es gibt wieder einen riesengroßen Sternenhimmel. Den baue ich tatsächlich doch sehr gerne, auch wenn es viel Arbeit gemacht. Ich möchte euch heute so ein bisschen was über dieses kleine, feine, dedizierte, private Heimkino erzählen. Angefangen hat es natürlich wie immer mit einer Beratung und mehreren Treffen und einer Besichtigung und wie das alles so abgeht, so ein komplettes Kino zu planen. Wisst ihr ja, das dauert ein bisschen und da muss man schon einige Sachen durchsprechen. In dem Fall hat uns der Kunde sogar beauftragt, wir sollen eine 3D-Zeichnung oder so eine kleine 3D-Animation im Vorfeld erstellen, dass er sich das einfach besser vorstellen kann. Genau das haben wir gemacht und ja, so sollte es aussehen. Natürlich gibt es beim Bau noch einige Änderungen. Ich zeige euch aber heute mal, was dieses Kino alles für Eigenschaften hat. Ich nenne es einfach mal nur Eigenschaften. Los geht's mit den Raummaßen. Wir hatten einen Raum zur Verfügung, neu gebautes Haus. Von vornherein war gleich ein Raum dafür abgestellt. Wir hatten 3,80 Meter in der Breite und wir hatten 6 Meter in der Tiefe. Raumhöhe, ganz normale Raumhöhe, irgendwas so 2,50 Meter, 2,60 Meter, nichts Besonderes, wie halt so ein Einfamilienhaus ist. Tiefe hatten wir also genug. Also war das natürlich die erste Idee, okay, wenn wir können, bauen wir eine Böffelwall. Böffelwall hat halt den großen Vorteil, wir können schon unheimlich viel Bass auf einer Seite wegschlucken. Genau das haben wir auch gemacht. Bass ist übrigens eins dieser Hauptthemen, um was es hier ging. Das war dem Kunden sehr, sehr, sehr wichtig. Er wollte einen schönen, fetten, satten, aber doch sauber klingenden Bass haben. Also, was haben wir gemacht? Es wurde natürlich am Ende ein DBA. Wir haben an der Front vier Lautsprecher und wir haben auf der Rückseite vier Lautsprecher. Und damit konnten wir hier einen sehr schönen, sehr präzisen Bass generieren. Alles integriert in die Böffelwall. Davor kam eine Leinwand. Es ist eine maskierbare Leinwand, 3,50 Meter breit, mit einem akustisch transparenten Tuch, auch von sehr, sehr guter Qualität. Auch wenn ich da jetzt für keine Werbung mal ausnahmsweise für mache, ist es trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute Leinwand. Und die macht auch wirklich Spaß. Man kann sie halt maskieren, völlig stufenlos, allerdings manuell. Ich zeige euch das. Und das geht so. Ich schiebe mir das einfach auf das Format, wie ich es benötige. Und sie geht sehr schwer rein, aber sie geht wieder rein. Die nächste wichtige Entscheidung, die man treffen muss bei der Planung eines Heimkinos, ist die Zentrale. Ich nenne es immer Zentrale. Dieser Ort, an dem alle Geräte stehen. Unsere erste Idee war tatsächlich, das wieder aus diesem Raum komplett auszulagern, was mir persönlich zwar am liebsten wäre, aber nicht immer geht und hier tatsächlich auch nicht geht. Hier hinter, da ist das Bad und neben uns ist das Wohnzimmer. Es war einfach kein Raum. Der Hauswirtschaftsraum ist auf der anderen Seite des Hauses, der war zu weit weg. Wir brauchten eine Lösung. Wo bauen wir unsere Zentrale hin? Ja, wir haben eine Lösung gefunden. Und zwar auf der Rückseite des Kinos, oben unter der Decke. Da haben wir eine komplette Ebene gebaut. Also wie so ein riesengroßes Regalbrett über die ganze Raumbreite. 60 cm tief und, naja, da oben sind irgendwie so 30 cm Platz. Und da steht alles drin. Da steht der Beamer drin. Der Beamer ist ein VW 790 von Sony geworden. Ja, und AV Receiver steht direkt daneben. D9 8500. Wir haben natürlich da einen Blu-Ri-Player zu stehen. Wir haben eine Xbox, wir haben eine Playstation. Alles, was so gehört, steht da oben. Wir haben rechts und links haben wir noch Verkleidung gebaut. Hinter dem steht unsere Technik. Also da steht die Lichtsteuerung. Wir haben auch in dieser hinteren Platte tatsächlich noch die hinteren Atmos-Lautsprecher eingebaut. Was uns direkt zum Audiosystem bringt. Also AV Receiver ist klar und wir haben hier ein 7.8.6 System. Das heißt, der große Dehnon lässt es ja zu, dass wir Atmos tatsächlich mit sechs Decken-Lautsprechern realisieren. Haben wir natürlich auch gemacht. Also sind hier sechs Decken-Lautsprecher drin, vier Subwoofer vorne, vier Subwoofer hinten und ein 7-Kanal auf der unteren Ebene, welche ihr nicht seht. Und das war auch unser Ansinnen. Es sollte hier im Prinzip überhaupt kein Lautsprecher zu sehen sein. Klar, akustisch transparente Leinwand lässt natürlich erstmal zu, dass die Haupt-Lautsprecher weg sind. Die seitlichen Surrounds haben wir natürlich hinter Akustikelementen versteckt. Und die hinteren sind auch in diesem riesengroßen Akustikelement drin, wo auch die Subwoofer mit drin sitzen. Und damit haben wir überhaupt keinen Lautsprecher mehr zu sehen. So, was gibt es noch? Raumakustik, klar. Wir haben vorne für die Erstreflexion natürlich riesengroße Segel gebaut. Die sind natürlich mit Basotec gefüllt für Erstreflexion. Wir haben auch das hinten nochmal und an der Seite haben wir noch Diffusoren. Und, ganz wichtig, die Decke. Die Decke musste diesen Sternenhimmel bekommen, hat sie auch bekommen. Aber wir haben einen unserer Akustik-Sternenhimmel gebaut. Das heißt, das ganze Ding ist im Prinzip eine 5 cm Basotec-Platte mit nochmal Schaumstoff oben drauf. Und dann ist der Sternenhimmel in dieses Element integriert sozusagen. Also das ganze Ding hat mehrere Funktionen. Einmal hat es natürlich außen die Beleuchtung, ich nenne es mal Putzlicht, mit dem man mal sauber macht, ein bisschen helles Licht. Wir haben die zwei oder vier der Atmos-Lautsprecher da integriert. Wir haben den Sternenhimmel da drin. Und das ganze Ding ist noch ein riesengroßer Breitbandabsorber. Das alles in diesem riesen Element. Das besteht aus vier Teilen, weil es war so groß, dass man es in der Größe nicht an einem Stück hätte hier reinbekommen. Lässt sich auch irgendwo nicht mehr bewerkstelligen. Und so ist der ganze Raum eigentlich dominiert von diesem Sternenhimmel. Und tatsächlich habe ich mir sagen lassen, bei einigen Filmen lassen die sogar beim Filme schauen an. Bei anderen Filmen schalten sie ihn ab. Je nach Geschmack. Klar, es gibt natürlich ein Podest. Es gibt zwei Sitzreihen. Je nach Anforderungen legt man das ja aus. Hier wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen, aber wir haben tatsächlich vorne nur zwei Sitze und hinten nur zwei Sitze. Mehr sollen hier gar nicht sitzen. Wir haben einen schönen hochflorigen Teppich. Der Raum hat sogar zwei Fenster, weil es ja im Erdgeschoss ist und ein ganz normaler Raum eigentlich ist. Und hier kann man auch mal anständig durchlüften. Da haben wir einfach nur schwarze, lichtdichte Vorhänge vorgemacht. Fall erledigt. Und ja, und fertig war das Kino. Hört sich einfach an. War nicht ganz so einfach. Hat auch ein bisschen gedauert. Aber ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr schönes, angenehmes Wohlfühlkino geworden. Das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz vorstellen. Soll gar kein so elend langes Video werden. Wie gesagt, so ein paar Baubilder habt ihr gesehen. Da seht ihr mal so ein bisschen, wie sowas entsteht. Und dass da schon viel, viel Handwerksleistungen drin sind. Aber ja, ich denke, wir gucken jetzt noch eine Viertelstunde einen kleinen Film. Und dann fahren wir weiter. Und wir gucken uns heute tatsächlich noch ein Wohnzimmerkino an, weil das liegt so auf unserem Rückweg heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal hier rein. Hier seht ihr noch ein paar andere dedizierte Privatkinos. Bis dann. Tschüss. Tschüss.